Warum ist Jesus mir persönlich wichtig? Ich war 20 Jahre alt, mein Leben war kaputt. Ich hatte die ganze Hippie-Bewegung mit allem Drum und Dran hinter mir. Ich habe die Botschaft von Jesus Christus das erste Mal in meinem Leben, wo ich 20 Jahre alt war, in Südkalifornien. Ich habe diese Botschaft gehört und bin sofort zu ihm gekommen. Niemand musste mich überzeugen, ich war ein Sünder, das wusste ich. Aber dass es einen Weg aus der Sünde raus gibt, das habe ich nie gehört. Und ich habe von diesem Opfer, was Jesus gebracht hat, dass für meine Sünden ist er gestorben. Und deswegen, wenn ich zu ihm komme, ich bekomme die Vergebung der Sünden. Das habe ich erlebt. Das war vor 52 Jahren. Das ist nicht nur geblieben, sondern gewachsen. Und ich liebe Jesus mehr als je zuvor. Vielen Dank.